hi freunde und herzlich willkommen hier war archie gaming flo wieder am start heute gibt es keine weitere squad building challenge hier in diesem video ihr könnt es sehen heute geht es wieder um eine fu champions und um eine division rival rewards die wir heute gemeinsam aufmachen wollen und zu dem zeitpunkt wo ich dieses video gerade aufnehmen ist immer noch das headliner team nummer eins draußen letzte woche konnten wir headliners team media ziehen in unseren rewards das war auf jeden fall sehr sehr nice und ja ich hoffe natürlich heute ist ähnliches peck lag mit am start insofern hashtag peck lag schon mal rein in die kommentare und heute abend geht es dann weiter mit headliner team nummero zwei falls ihr dazu keine weiteren videos mehr verpassen wollt können sie uns natürlich supporten ganz ganz einfach mit einem abo ja road to 33.000 abonnenten steht an wir haben jetzt fast die 33.000 abonnenten geknackt vielleicht haben wir es auch schon zu dem zeitpunkt wo dieses video am freitag online geht die 33.000 abonnenten geschafft das wäre natürlich mega und dann geht es richtig los mit den road to 40.000 abonnenten falls ihr auf dem weg ja ein stück davon sein wollt dann könnt ihr natürlich gerne jetzt hier kostenfrei supporten mit einem abo wenn ihr sowieso die letzten tage schon immer reingeschaltet habt in die videos oder kein abo da gelassen habt könnt ihr das natürlich jetzt hier ganz ganz schnell auf eurem weg machen aber natürlich auch 300 likes gebe ich wieder als ziel raus ihr wisst bescheid support ist kein mord insofern haut in die tasten lasst auf jeden fall ein like da für die ganzen packs die wir gleich aufmachen ich bin schon mega gehypt ich warte seit heute morgen dass ich endlich die foot champions rewards auf machen kann und ich habe jetzt eben für euch die spieler des monats bei jeder spc aufgenommen und danach direkt die top artin und jetzt schließe ich noch an meine foot champions und division rival rewards ihr seht es aber vielleicht auch schon wir haben drei sets im shop verfügbar und damit wollen wir in diesem video jetzt heute mal anfangen ja das sind von den wochenaufgaben welche ich glaube das ist alles an schweden will wir machen einfach mal alles auf und hoffen natürlich schon mal den ersten sets auf ordentlich packler drei sets zum anfang ich denke besser kann es gar nicht losgehen es sei denn das sind jetzt hier übel schlechte sets dann war es natürlich mehr oder weniger umsonst ja gut jetzt haben wir hier abraham drin geht definitiv besser ja machen wir kurz dieses zwei spieler pack hier auf und danach das mega pack bevor wir dann reinspringen in die foot champions und division rival rewards oh ist das wand oder walkout oder was das sieht man so aus der freunde ich denke immer ja ihr könnt mir die können auch in die kommentare schreiben was habt ihr in euren rewards gezogen alles sachen mich natürlich interessieren und jetzt hier das erste mega pack ich bin mir doch gar nicht so genau sicher ob ich bei den division rewards trade oder antragende freunde wand oder walkout let's go ich dachte schon deutschland wird's mittelstürmer wird das aber kruise ja moin alles klar 83er kruise ich will noch nicht sicher ob ich antragende oder tradable rewards da mitnehmen ob ich auf die mehr packs gehe oder ob die trade ob ob ich auf die tradable packs gehe bin ich mir wirklich sehr sehr unsicher noch wir checken das alles nachher ab ja dann würde ich sagen fangen wir einfach direkt mal an und war mit den roten player picks ja ihr wisst bescheid wie das team of the week aussieht wir schauen uns das gleich noch mal kurz an also for champions wie ist mein wochenende geendet und zwar bei 14 siegen 14 vier haben wir das wochenende beendet ja und ihr wisst ja bescheid ich habe sonntag abend erst wieder angefangen und dann aber ein bisschen bei twitch live gestreamt und dann habe ich noch später am montagmorgen weitergemacht 30.000 münzen nehmen mit 2000 qualifikationspunkte ein seltenes spieler pack zwei mega packs und die zwei player picks stehen natürlich an und ich habe twitch eben schon erwähnt wir sind seit gut zweieinhalb wochen jetzt aktiv auch twitch 300 follower haben auch schon da erreicht falls ihr generell mich oder zum beispiel auch in armin mal live sehen wollt wie wir zocken division rivals weekend league und so weiter und so fort könnt ihr uns natürlich gerne bei twitch auch folgen ein follow da lassen und ja hier und da einfach mal reinschauen da gibt es fast täglich momentan streams relativ abends immer also insofern falls ihr bock habt auch mal uns live zu sehen ja wie wir streamen dann kommt gerne vorbei bevor wir jetzt in die player picks reingehen möchte ich noch mal kurz wie jede woche natürlich das team of the week zeigen kurz erklären okay welche spieler finde ich interessant welche nicht ja und über welche würde ich mich freuen ich meine ganz klar würde ich mich natürlich freuen über ein mbappé kilian mbappé mit seinen vier sterren fünf sterren wäre ein traum genauso wie virgil van dijk ein geiler in verteidiger würde ich direkt aber sowas von mitnehmen rating mäßig muss ich sagen würde ich casemiro oder tiago nehmen da bin ich jetzt nicht so gehypt unbedingt von den beiden ich würde natürlich rating mäßig das ganze mitnehmen aber spielerisch würde ich natürlich zb in harland mehr feiern der braucht auch sein skill move beziehungsweise weak foot upgrade ich hoffe das bleibt nicht bei drei sterren drei sterren aber sonst finde ich auch diese karte wirklich sehr sehr interessant und auch sehr gut linkbar upamecano sieht auch gar nicht mal so schlecht aus mit seinen 80 tempo 80 der 84er physis und sonst vielleicht ein rewitsch noch ein cordoba weil ich bei köln lebe vielleicht deshalb ja das wäre eigentlich so das einzige der rest wäre rating beziehungsweise uninteressant würde ich so erstmal grob festhalten und jetzt heißt es einfach daumen drücken ich meine die letzten beiden wochen wir hatten mares und davor die woche immobile als highest rated team of the week kommt schon rechts vor links wie jede woche und dann abfahrt freunde 3 2 1 und let's go kommt schon die wir fangen an mit einem whisker 86er 90 tempo ein bisschen rating ist auch am start sieht gar nicht mal so schlecht aus ja stellungsspiel abschluss schusskraft tempo ist da ausdauer ist da freunde den habe ich eben gar nicht gesehen vier sterne vier sterne auch noch also da sage ich definitiv nicht nicht nein wir gucken mal gerade und ich gucke mal gerade parallel was der denn so kosten würde theoretisch ob das theoretisch sinn macht ihn mitzunehmen oder einen anderen aber die anderen sehen halt wirklich sehr uninteressant aus whisker kostet 26.000 münzen ja gut okay machen wir das nehmen wir einfach mit wegen rating und dann hoffen wir einfach jetzt auf den zweiten player pick und hoffen dass da was geiles dabei ist kommt schon ihr hau was raus let's go hey lukas laver 2 86er beschweren kann man sich da eher weniger oder freunde drei sterne drei sterne sehr langsam sehr sehr langsam sonst ausgeglichen aber brasilian link kommt aus der serie a das ist natürlich alles sehr sehr nice aber deshalb wirklich sehr sehr langsam er kostet auch 28.000 münzen also von den coins werten her auf jeden fall ähnlich viel wert 2 86er ich würde sagen da haben wir auf jeden fall schon mal rating mitgenommen und bevor wir jetzt reinsteigen in die packs gehen wir noch mal kurz zu den spcs wenn ich mir noch überlegen vielleicht so ein 81 plus doppel upgrade zu machen die frage ist wie sieht die momentane lage denn da aus weil da können wir ein von dann 86 plus spielern auswählen ein von drei gebe ich das ab wir gucken mal gerade ob ich jetzt noch mehr roter hatte oder nicht aber ich will jetzt nicht noch eine woche warten ich glaube deshalb machen wir einfach mal falls das heute mit den packs nicht wird am ende so ein premium upgrade pack also da muss ich euch jetzt noch ein bisschen hinhalten und vielleicht ich entscheide es nach den packs wie es jetzt hier aussieht machen wir dann auf jeden fall dieses upgrade pack ja und jetzt würde ich sagen machen wir erstmal die tradable packs von foot champions auf wieder zwei mega packs und ein seltenes spieler pack steht an und wir hoffen auf becklack komm schon ehe hau was raus let's go wir fangen an mit wand oder walkout es wird ein walkout come on tradable walkout spanien ramos zom sei isco es ist isco es ist kein silver und es wird ein 86er isco 86er gerated ich glaube die potm ben getter spc ist eben wieder abgehauen ähm ich glaube theoretisch vielleicht will ich ihn sogar abschließen aber ich nehme die 20.000 sehr sehr gerne mit konaté das ist der falsche franzose von leipzig das schon mal nicht so gut fitnesskarten paar nehmen wir mit und ein paar position modifikatoren also nicht schlecht oder das asmonaco trikot behalte ich mal und er kommt auf die transferlist also fangen schon mal direkt an mit einem walkout das ist doch schon mal gar nicht so schlecht 20k mindestens sind auf jeden fall drin und jetzt direkt das 50k set und danach wieder das mega pack come on 50k set gönn uns wann es wird keine wand es wird kein wand und kein walkout oder habe ich das richtig gesehen ich habe es richtig gesehen 82 82 82 sag ich schon 82 geru ja moin was ist denn das für ein 50k set ne also da bin ich raus mega set komm schon bist du wieder mein freund oder was letztes fifa modif aus dem seltenen mega pack gezogen modif team of the year es bleibt bei einem es bleibt bei einem walkout freunde was machen wir travel oder an schwellen dem tradable oder an schwellen sets mitnehmen fitnesskarten kein hunter kein shadow ich bin mir unsicher ich bin mir echt unsicher aber ich würde sagen da es eventuell die ganzen spieler sowieso für spcs brauche gehen wir heute wieder mit an tradable rewards oder freunde wir nehmen die mehreren sets mit und hoffen einfach auf geile packs wir hoffen einfach dass nicht noch ein semedo dahinter sich versteckt das wäre natürlich bitter wenn wir zweimal an tradable semedo mitnehmen können aber es ist division 5 rang 1 ich denke da gibt es auf jeden fall geile packs zwei mega packs 250k sets wieder oben drauf und vier jumbo premium gold packs alles wie gesagt an tradable das müssen wir natürlich jetzt berücksichtigen aber spc futter sollte auf jeden fall mit dabei sein fangen wir einfach mal an mit jumbo primo gold packs daher erwarte ich natürlich jetzt hunter shadows die ich dann sehr gut benutzen kann ja und so sagen wir brauchsobjekte team fit ist karten natürlich primär gerade für die weekend league und so weiter und so fort aber mehr player pick erwarte ich jetzt eigentlich auch nicht großartig davon kommen inform nicht wirklich wie nehmen wir mitnehmen marie geht mit innenverteidiger aus der bundesliga keine schlechte position zwei fitnesskarten in detail okay und dann holen martin aber im tradable gezogen kurz mal wechseln und auch den christi den rest pack mal rein in den verein und ja machen die restlichen sets jetzt auch ich bin gespannt auf was ihr natürlich gezogen habt schreibt mir wie gesagt gerne in die kommentare was habt ihr jetzt noch eine headliner promo gezogen habt ihr vielleicht sogar auf zweite team gewartet ich muss sagen ich bin eigentlich froh jetzt das noch zu team eins aufzumachen weil ich hoffe natürlich noch auf neymar ja ich habe natürlich auch noch neymar auf den ein oder anderen vielleicht auch noch aber hauptsache kein stemedo und ich habe so ein bisschen bedenken dass das headliner team 2 nicht mehr so krass ist und deshalb gehe ich einfach safety first mit ja mit jetzt halt dem team nummer eins und öffne jetzt für euch ja schon am freitag wenn dieses video hier online geht hoffentlich die rewards mit euch gemeinsam oder ist wieder wanderer walkout kommt schon walkout 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 zweiter walkout freunde deutschland wird zom innenverteidiger es wird hummels ach come on was kostet der noch lass mal zwei walkouts hinter sein kommt 87er hummels und wer wird es noch aber zwei infos bin ich jetzt schon mal auf jeden fall zufrieden vom zustand zwei walkouts bin schon mal zufrieden mit leider nur einer oder sei hinten noch ein duplikat hinten dran ne 24 objekte steht daran duplikat würde man sehen kommt hunter oder shadow denkste das ist doch alles nix das ist doch alles nix naja hummels nehmen wir mit nächster walkout aus einem von diesen schlechten sets da sage ich definitiv nicht nein können wir noch ein headliner ziehen das wäre natürlich premium das wäre premium nix ucl karte oder was ucl karte und es wird lucas vasquez haben wir eben normal gezogen glaube ich sogar war es im zweiten set im zweiten set eben naja ist auch egal 1000 münzen das nehmen wir wirklich sehr sehr gerne mit wir packen alles rein in den verein ihr wisst bescheid und jetzt wird es jetzt wird es jetzt geht es in die crunch time freunde jetzt geht es in crunch time bevor wir die 50k set aufmachen machen wir jetzt erstmal die mega packs auf und danach kommen die zwei mega zwei 50k set jetzt dran das eben das 50k set war ja katastrophal wieder wand oder walkout diesmal wird es nur eine wand brasilien come on linksverteidiger marcelo nice 85er marcelo sehr sehr geil den habe ich tradable im verein das heißt mein tradable marcelo kann ich verkaufen oder schrägstrich natürlich diesen antradable marcelo in der spc verbrennen benutzen wie auch immer und 84er carcelo sei mal lieber der andere rechtsverteidiger sei mal walker dich brauche ich nämlich noch ja und du bist nämlich gerade draußen als headliner karte aber marcelo perfekt den haben wir auch tradable im verein also das hätte auf jeden fall nicht hätte hätte nicht schlimmer kommen hätte nicht besser kommen können so um ich kann mich schon gar nicht mehr reden freunde so aber wir gehen rein in die weiteren sets nächstes mega pack komm schon nächstes mega pack wieder so gut kommt wand oder walkout ja ja freude wand oder walkout auch wieder eine wand kein headliner es wird deutschland gabri 10k das sind 10k freunde bzw ich kann ihn benutzen jetzt ich kann den anderen tradable bayern spieler verkaufen momentan die wisst vielleicht nicht bescheid gibt es die top partien da gibt es die partie bayern gegen schalke und ich habe momentan ja meine beiden tradable oder beziehungsweise drei tradable bayern spieler die habe ich bei alle für 10k verkauft und jetzt kann ich hier genau natürlich benutzen als bayern spieler also perfekt das habe ich ein bisschen drauf kocht um viele viele team finden das karten sehr sehr nice und hier ein paar tradable spieler die wir dann hoffentlich tauschen können und dann geht es rein in die 50k setzt kommand freunde let's go bitte lass was geiles dabei sein bitte lass was geiles dabei sein 50k setzt schlechter als das eben kann es einfach nicht mehr werden kommen auch hier rechts vor links die headliner headliner baby headliner baby ja wand oder walk out portugal immerhin 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 nicht einer von diesen zdms das will man nicht sehen jovic noch als 83er hinten dran junio firpo auch der theoretisch viele coins wert als baster spieler die gehen immer hoch ich glaube sogar ja ja sie hat man eben im ersten 50k set drin letztes 50k set komm schon hier gönn mir den headliner hat sich gelohnt oder was bitte wieder nur ne wand via portugal in verteidiger pepe wollen wir noch das 81 set machen wir haben natürlich zwei walkouts gezogen oder zwei walkouts haben wir gezogen wenn mich nicht alles täuscht aber ey freunde polisic hat mir eben im 50k set das sind doch keine geilen 50k sets da bin ich jetzt nicht wirklich mit zufrieden muss ich euch ganz klar sagen ach komm wir machen jetzt einfach noch das 81 plus upgrade set und hoffen da ein bisschen auf peck lag also ich brauche wie gesagt eh keinen davon ich zeige euch noch mal kurz wie das ganze aussieht als high-reslated in anführungsstrichen ist es dubravka der hat eine partie für mich gezockt sonst 82 81 84er party ja gut und 84 baumann aber nichts wirklich dramatisches mit dabei und insofern würde ich einfach sagen wir schicken das ganze jetzt ab wie gesagt ich will jetzt nicht noch eine weitere woche warten dann ist die wahrscheinlichkeit noch geringer dass wir einen von den heftigen ziehen und deshalb schicken wir das ding jetzt einfach ab und ich habe gar keinen bock mehr hier auf die jungs ab weg damit ich brauche die nicht und wir hoffen jetzt einfach auf einen geilen 86 plus spieler lass es nimmer sein lass es nimmer p sein irgendwas geiles kommen freunde ich gucke ich gucke auch nicht hin ich gucke nicht hin ich gehe weg und drücke die seit A ach du scheiße was ist das denn was ist das denn freude da kommt wieder dieser pisi der mich da anguckt aber wisst ihr was wisst ihr was freunde ich nehme die kommt mit ich brauche nämlich noch einen erstbesitzer aus der league A und ich nehme auch gerne mit wegen einer eventuellen falls sie zurückkommt die sbc von potm ben jeder die vielleicht abschließt innerhalb der nächsten 27 tage wenn sie denn zurückkommt aber das ding war ja mal ein richtiges flop ding also da ist ja keiner 86 plus also dafür ich mich jetzt dezent verarscht ihr könnt mal reinschreiben was ihr in eurem 86 plus set drin das war nichts und ich bin wirklich ziehe ich nämlich nicht mit zwei sterne weak foot gefällt mir überhaupt gar nicht und pisi ne also brauche ich definitiv nicht dann nehme ich einfach die kommt mit und ja gut das zu dem 86 plus set ich hoffe das rewards video diese woche hat euch wieder gefallen wenn ja zerstört den like button lasst den mittler likes da eigentlich wegen diesem upgrade pack ah freunde naja was sagt ihr sonst zu den sets zwei walkouts konnte man mitnehmen ein bisschen was an konzern wir definitiv gemacht marcello sage ich nur zum beispiel und insofern paar spc futter spieler mitgenommen hoffentlich hat es euch gefallen sehr schön like button dann sehen wir uns heute abend wieder bei einem weiteren video bei einem weiteren spc video und insofern haut rein bis zum ersten mal euer flo von archie gaming schau Leute